Ich sag's, wie es ist, ne, Magga? Das wird das erste Mal in diesem Jahr, dass ich hier ein Dislike gebe. So, jetzt müssen wir aber nochmal was nachholen, was wir die letzten Tage schon nicht gemacht haben. Wir müssen das neue Jansky-Video gucken. Was? Ein Jahr? Das Video geht vier Minuten von Jansky? Tatsächlich. Vier Minuten. Was hat Jansky denn so zusammengebastelt? Seid bloß vorsichtig! Ach komm, seid ihr komplett dumm, oder was? Das ist ne Frage, ich glaub, die brauchst du nicht stellen, Boris. Hallo, da. Oh, das wird ja durchlaufen, ne? Na gut. Was macht der? Was macht der? Wander, ich kann jetzt einfach entspannt zu Ende. Darauf ein bisschen drusslaufen. Tinti Dive. Der war nicht clever, der Mo. Ich bin grad langsamer als auf einem Bruch, Autofreund. Ich bin schon wieder gestorben. Nicht mal die Box. Du anfangs auf mich, die ist nicht mehr da. Ich hab... Tinti Dive. Der war nicht clever, der Mo. Ich bin grad langsamer als auf einem Bruch, Autofreund. Ich bin schon wieder gestorben. Nicht mal die Box. Jetzt wird's nicht mehr da. Ich hab keine, ich hab SG30. Oh, fuck. Oh, no. No. Huuu. Darüber reden wir nicht. Nein. Geh nochmal ne Runde Pet in Elf vorm Rennen. Nein, das geht nicht raus. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Nein. Mach hart hinten. Das ist hart. Ah, Junge. Das ist der... Warum sind denn immer alle so laut und... Oh, meine Ohren. Nein, 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 hallo. Ich hab trocken... Ich hab trocken... Ich hab trocken Reifen drauf. Ey, ich geh boxen. Ich geh doch nicht boxen. Hast du schon mal ein Flächer probiert? Ich könnte noch was ganz anderes probieren. So. Mir ist die Preifen geplatzt. Ich hab Preifen verloren. Huuu. Komm, ich dich mal so schnell in den Zoll. Ich finde sie da, Fianzzi. Grau. 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 Ey, bitte. Wirklich, ich kann nicht mehr. Ja, dann bin ich sehr gut. Muss auch nicht. Soll ich frei der Mauer hätte. Neu. Spoiler. Hat nicht funktionieren. Boah, neun Zettel, Leute. Scheiße. Sollten wir uns alles hinschreiben. So, die Rekulentscheidung. Wo ist mein Stich? Einatmen. Ausatmen. Ankommt. In dem Moment. SG-30 Mini. Da stand ja, was? Warum war das da drinne, Jansky? Hä? Ihr Clowns, ha? Habix, SG-30, Porsche, SG-30, SG-30. Are you ready for my first place to click? Yes, yes. Äh, ja, mein Cockstops ist ja schon hier. Ich hab auf Drice auch gewechselt. Ach, du Scheiße. Das ist so ein typischer Noah. Das ist unfassbar. Ich war einfach nur ganz gemütlich runter. Oh nein, nein, nein. Oh Mann, Milter, warum hast du sowas mit? Warum nicht? Kann ich dir sagen, äh, ich und das Spiel sind einfach nicht mehr so gut befreundet mit... Ne. Mh-mh. Mh-mh-mh-mh-mh. Ich hab gleich, das ist so ganz satt gefahren, Junge. Ich hab fünf Cuts. Also, wie oft haben wir das diese Season gesehen mit, wir diven jetzt und da diven wir? Ja, indem wir es einfach nicht fahren. Wirklich, also auch hier zum Abschluss, weil es ist der 31.12.2023, du musst richtig auf anale Schmerzen stehen, wenn du dir das reinziehst. Dann kannst du halt auch einfach Wreckfest fahren gehen, weil das ist ja komplett gestört, was da los ist. Und Chiro tötet den nächsten Topf. Ey, das leckert gar nicht, Junge, das bin zu tot. Oh mein Gott, ich krieg die alle. Ich krieg die alle. Da fliegt ein Auto. Nein, nein, nein. Oh nein, nein. Ich krieg den anderen. Ach, Junge, das ist frisch. Und Engel ist schon tot. Und ich bin auch tot, danke. He, he, he. Ich stand da. Ich stand da. Oh, ich bin tot. Junge, ich muss tot sein. Juhu, und das hat sich getötet. Why does she accelerate again? Nils! Manga! Du, der Balken ist ja richtig pornös. Also, wenn einer das rocken kann, Leute, dann ist das wohl Nils, oder? Den Schenkelbesen? Du, der ist ja eine richtig geile Popelbremse. Du, der steht, oh Mann, der steht aber Nils richtig gut. Da hab ich mich grad nochmal verliebt in Nils. Nils, ich hab mich wirklich nochmal verliebt in Nils. So ein erotischer Typ, Alter. Nils, stabile Popelbremse, 10 von 10, Style, absolut der schönste ACC-Fahrer aktuell. Jupp. Entschuldigung, Giro, die hat sich ja nicht getötet. Nee, 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 nee. Es war der dritte Ruhm, den ich abgeschossen hab. Ey, ey, ey! Ich wurde schon wieder abgeräumt! Also, du musst richtig auf Schmerzen stehen. Danke fürs Zuschauen und die Unterstützung in diesem Jahr. Für die mir zugesendeten Clips, Replays und Lackierungen. Für die Streams, Reactions, lustige Momente. Einfach danke für alles. Jansky, ganz großer Kuss geht raus an dich. Vielen Dank für ein wunderschönes Jahr mit deinen Videos. Vielen Dank, dass ich darauf reakten darf. Du hast wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert. Ich wünsche mir, dass wir das 2024 weiter fortführen können. Hussi aufs Nussi. Und jetzt überrasch mich. Was kommt am Ende? Das muss ein Bänger sein jetzt. Gib mir einen Bänger. Gib mir einen Bänger jetzt. Nimmst du ihn auf, oder? Neuf. Ach, perfekt. Geil. Okay. Also. Also Jansky, ich sag's wie es ist, ne, Magga? Das wird das erste Mal in diesem Jahr, dass ich dir ein Dislike gebe. Das ist das erste Mal, dass ich dir ein Dislike geben werde, Jansky. Aufgrund der Tatsache, dass du einfach so frech bist und nicht mal einen Bänger zündest. Das ist eine absolute Frechheit, dass du dir nicht mal die Zeit nimmst, einen Bänger zu zünden. Äh, zu zünden. Was ist das? Jansky! Das war ne pure Enttäuschung. Ich bin hier gerade angekommen. Ich war richtig in Wallung. Meine Gefühle kochten hoch. Ich dachte mir so geil, das Ende 2023. Hinten kommt immer ein Bänger. Und dann machst du das? Wir hören Huben. Nimmst du schon auf? Was ist das jetzt? Kommt jetzt ne Hubendokumentation? Jansky. Ich bin traurig. Ich hatte wirklich Hoffnung. Aber ich hab dich trotzdem lieb. Ich kann dir kein Dislike geben. Das schaff ich nicht. Das krieg ich nicht übers Herz, Jansky. Krieg ich nicht hin. Uh, Jansky ey. Ne Jansky, dafür gibt's nächstes Jahr 10 Schläge auf die Eichel. Frag ich dir. Eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Kannst du gleich 2024, erste Video, kannst du das hier reinschneiden. Was für eine Enttäuschung das jetzt für... Oder auch nicht. Mach was du willst. Auf Rennstrecke kriegst du kein Content von mir. Ja. Mmh, mmh, mmh. Untertitelung des ZDF, 2020